Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 15173 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Seine authentische Art zu sprechen, zieht das Publikum sofort in seinen Bann. Seine authentische Art zu sprechen, zieht das Publikum sofort in seinen Bann. Seine authentische Art zu sprechen, zieht das Publikum sofort in seinen Bann. Du wirst es lieben. Unser Angebot bietet deutsche Texte, Bilder und eine einfache Struktur für effektives Lernen der deutschen Sprache. Du wirst es lieben. Unser Angebot bietet deutsche Texte, Bilder und eine einfache Struktur für effektives Lernen der deutschen Sprache. Du wirst es lieben. Unser Angebot bietet deutsche Texte, Bilder und eine einfache Struktur für effektives Lernen der deutschen Sprache. Endlich! Du bist wieder zu Hause. Darauf habe ich lange gewartet. Endlich! Du bist wieder zu Hause. Darauf habe ich lange gewartet. Endlich! Wir werden die Daten grafisch darstellen, um sie besser zu verstehen. Wir werden die Daten grafisch darstellen, um sie besser zu verstehen. Danach können wir sie einfacher analysieren. Wir werden die Daten grafisch darstellen, um sie besser zu verstehen. Ich sollte mich nicht so von der Arbeit stressen lassen, sondern lieber über einen anderen Beruf nachdenken. Du machst das schon ganz gut mit dem Tanzen. Attraktiv ist ein Adjektiv, das etwas beschreibt, das ansprechend oder anziehend ist. Und gib uns bitte ein Like! Und singen! Du bist wieder zu Hause!